Hallo, seid gegrüßt, liebe Gaming-Fans, herzlich willkommen zu AMA 3 Altis Live. Das ist bereits die viertletzte Episode von unserem Clan Altis Force hier auf Altis Live. Ich hoffe, euch gefällt es. Da sieht man wieder, wie unfair die Cops spielen in dieser Episode. Es ist ganz kurz, deswegen lasse ich es euch anschauen in Ruhe. Ich sehe euch im nächsten Video. Wie gesagt, viele Episoden gibt es nicht mehr. Dann ist diese Serie einmal zu Ende. Keine Sorge, es kommen noch andere neue Sachen. Jetzt viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Quadox, AGV. Out. Das ist der Plan, bitte, Alter. Achso, dass ich auch nichts mehr kriege. Gut. Du brauchst nichts, um uns zu bekommen. Wir legen uns aufs Dach. Einer löst einen Überfall aus, kommt wieder hoch. Legen uns alle aufs Dach und schmeißen nur Rauchkönner an. Funktioniert prima. Ja, ja. Geht dann mal runter. Aber wir werfen erst Rauchkönner, wenn die Cops da sind. Ja, ja, klar. Machst du das bitte? Ja, ja, ich mach schon. Trinkt mir nichts. FPS Drops da oben zu haben. Ja, du musst halt auch nach oben kommen, ne? Ja, ja. Ich dachte, wenn ihr fertig seid, ne? Ja, mach ruhig. Ja, mach, mach. Ja, angefangen. Und hier fährt gerade ein Offroader her. Ja. Ah, zivil. Wenn er anhalt, wird der ab abgeknallt, ne? Fährt weiter. Ja, ist ja sein Glück. Clever. Wär so genial gewesen, wäre der jetzt angehalten und wäre ausgestiegen. Und dann? Wär der uns alle abgeballert. Also, versucht uns abzuballern, wie er gesagt. Fünf Granaten auf einmal aufs Dach und gib ihm, ey. Wenn da ein Auto kommt, ne? Direkt drauf schießen. Ja, sehr. Weil hier Langpferd ist Todeszone, Alter. Ich kann doch einfach Rauchgranaten werfen bis zum Tod. Mal gucken, wie ich vielleicht noch hab. Zwei. Vielleicht sollte einer in den Heli gehen, damit wir das hart haben. Ja. Neun. Ja, ich hab neun Rauchgranaten noch. Läuft. Er taunt jetzt da einen Hunter. Komm, jetzt ein Ghosthawk, pass auf. Wenn die jetzt direkt mit dem Ghosthawk kommen, dann ist er aber... Ja, dann halt ich mit denen. Ja. Da hinten ist ein Offroader Domme. Wo? Domme? Äh... Er ist aber kein Bulle. Nordwesten so? Ja, ist kein Bulle. Ne, ne, aber... Die sind jetzt auch nur zu... Zwei, vier, sechs. Oder? Äh... Fahren die überhaupt los, ey? Was meinst du? Keine Ahnung, voll entspannt. Ich glaub, die kommen eh erst wieder, wenn's fast zu Ende ist. Und dann machen wir Rauchparty. Für eine Hotbox. Heli. Ja. I'm coming. Von wo? Von hinten. Glaub ich, oder? Ja, hinterm Berg. Hinter uns. Ja. Ja, da ist er schon. Ja, ist nur ein Rocker. Er ist nur ein Rocker. Was wer denn jetzt hier? Keine Ahnung. Der New. Der New. Das sind die feindlichen drei. Das sind die Feinde. Ja, schießt. Ja, schießt. Wenn ihr jetzt Abschützer sind, dann... Ich auch nicht. Das ist so ein Scheiß-Spiel. Behinderte Kacke, Alter. Was macht der hier, Alter? Will der jetzt hier landen, Herr Dober? Alter, ja. Keine Ahnung, wenn er ein Stück tiefer geht, ist er weg. Oh ja. Oh ja. Einer tot. Nee. Oh nee, warte. Da kommt ein Heddy, da kommt ein Heddy aus dem anderen Ritt. Ja, das ist ein Blackhawk. Direkt ein Blackhawk, Alter. Ganz ehrlich. Alter. Was ist der von mir? Ist klar. Ich gehe nach oben in den Channel, Alter. Ist mir scheißegal. Ja, komm, Alter. Ja, ey, beim Notenfall. So ein Bullshit-Spiel, ja. Der schießt auf den anderen. Ja. Wie geil ist das? Ja, geil. Und wir fliegen schnell weg mit Rauchkanaden, oder? Ja, zwei Minuten noch, ne? Wir haben noch nicht fertig. Ja, rauch raus. Schieß auf den, schieß auf den. Rauch raus, ja. Rauch raus, ja. Ja. Alter, was für ein Bullshit. Achtung, Explosion. Ach, das ist ein Oval-Spiel. Das ist ein Bullshit-Spiel. Mein Kind. Ja, ich schätze. Da- Das war's für heute.